Kettka wieder auf Tour Das sind die 15 Termine der Inderocker Hamburg, Überraschung Markus Wiebusch, 55, Reimer Busdorf, 52, Erik Langer, Christian Hake und Lars Wiebusch, 50, von Kettka gehen demnächst wieder auf Tour Ihr letztes Studioalbum Ich vs. Wir erschien 2017, ihre letzte EP, Der süße Duft der Widersprüchlichkeit, Wir vs. Ich, 2019 Und im Jahr 2024? Da gehen die Indi-Rocker auf große Tournee Angesetzt sind insgesamt 14 Deutschlandtermine Aber auch Fans aus Österreich kommen im nächsten Jahr auf ihre Kosten Los geht es schon am 11. April in Saarbrücken Anschließend ziehen sie unter anderem weiter nach Oberhausen, Bremen, Köln und Stuttgart Das große Finale feiern Kettka am 27. April in der Hamburger Sporthalle Tickets für alle Konzerte erhaltet ihr ab Mittwoch, den 1. November, um 10 Uhr unter ghvc-shop.de Karten für die Hamburger Show sind schon ab Dienstag, dem 31. Oktober, um 10 Uhr im Shop erhältlich Wer lieber etwas Handfestes haben will, erhält Harttickets für alle Konzerte ab Montag, dem 30. Oktober, um 18 Uhr im Vorortverkauf im Hamrock Irish Pub, Glashüttenstraße 116 in Hamburg Gagreifen Schaft Gagreifen Borhausen Gagreifen Schrauben Gagreifen Untertitelung des ZDF, 2020